Können wir eigentlich noch machen, ne? Hm, können wir machen. Dass wir vielleicht in den Quest-Bereich 2 kommen, nicht ersaufen. Lalala. Määäää. 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 Die Tiere immer hier. Määäää. Määääää. Melonen. Ja, viel zu viel Scheiße immer bei mir. Ist das nichts Neues irgendwie? Nein, wie kommst du denn da drauf? Ich frag nur. Also ich hätte jetzt den Verdacht, das wäre so gewesen. Du nicht? Ach, nee. Okay. Da warst du nur Scheiße. Oh nein, bitte Inventar sortieren jetzt bitte nicht Button-Air. Nee, irgendwie funktioniert nicht. Doch. Ja? Ja, sicher. Ne. Oh, Options. Das sortiert? Ich will das nicht, dass das sortiert. Willst du nicht? Ich muss ja unter Options gehen. Nein. Mann bist du behindert. Options Control. Alles voller Monster. Fuck. Äh. Kann man entfernen. Wacker, wacker wacker, wacker, wacker. Ey 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 ey. geez. wacker wacker, wacker. ey 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 ey. Jetzt bist du doch runter gegangen oder Laut? Du bist einer Jetzt spawnt hier oben auch alles, ne? Was? Dann müssen wir mehr ausleuchten alles Oh Äh, F7? Ja Spinne, geh weg Ich hab ein Schwert und das werd ich nutzen Geh weg Da oben müssen aber noch ein paar Fackeln sein Will ich aber grad gar nicht machen, hab keine Lust Du kannst auch was tun Ne, grad nicht Oh, ein Mini-Schaf, warum haben wir Schafe? Hey, 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 hey Hä? Warum, hey, hey? Hä, was hast du gemacht? Ich? Ja Ich hab nichts gemacht Wie hast du die bekommen? Ja, gefüttert du Vogel, da waren zwei Schafe Toll, warum baust du dich hier unten? Okay Warum baust du dich hier unten runter, sofort? Warum? Mitten an dem Eingang, wo wir hoch müssen Weil es das so sinnbefreit Die Skelette-Nerven Ja, aber es ist doch egal Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ja, hoffentlich Nein, warum ist man mich hier oben? Wo oben? Wo oben wohl? Ja, weiß ich doch nicht, wo es oben ist Ach, an der Welt oder was? Ja, sicher, weil wir noch nicht geschlafen haben bestimmt Das sind wir doch gar nicht Glaube ich Wo die Sache ist Einmal reingehen Da sind Endermen, das weißt du, ne? Bei den Endermen aufpassen Ich verstehe das nicht Warum hast du da vorne alles aufgekloppt? Ich hab dir noch gar nicht angeguckt, den Endermen Du greifst mich an Hast du die Gräber? Hast du Inventory drin? Ja, ne? Hm Oh, wegen dir Ach, Alter, ich baue das gleich wieder zu hier Das nervt Hier vorne alles So, keine Treppe hier Boah, du Enderman Fick dich, nerv nicht Sonst lass ich dich gleich brennen Und du springst durch die Gegend Wupp, 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 wupp Na ja Ne, da ist das Ding nicht Da hinten bin ich gestorben Hat das Ding keine große Reichweite? Weiß, weiß ich nicht Travel Anchor Ne Hetz Maul Jetzt portet euch mal schön durch die Gegend Hier ist ein Ende Ei Okay Okay Halt, Rachen, Rachen Ei meine ich Okay 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 Okay, okay, okay Toll Hallo Anders geht's nicht Anders komme ich hier hin Ich sehe dich nicht Ja, ich bin aber da Anders komme ich hier halt Ja, kannst du jetzt das Loch nicht hinten irgendwo aufreißen können Das ist echt blöd, da unten Nicht blöd Das sitzt doch gut da Ja, auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall sehr gut da Und die Skelette sind echt die nervigsten Fischer Warte mal mit dem ganzen Sand Baue ich jetzt mal ein bisschen Sandstone So Warum auch nicht, ne What the fuck Steh Wow Steh Ach man kommt hier Kommt hier auch anders rein Ne, ich sterb gerade gar nicht Die schießen sich gerade gegenseitig ab Und wenn es für Pipes Hier kommt man auch anders rein Ja Ich komme auch so da rein Bist du ne Leiter Ja, was sind denn die Leverdinge? Hier geht's ein Richtiger Eingang hin Warte Bestimmt irgendwo ne Ecke Da bist du Hallo Ein Creeper Und jetzt auch noch so ne Kiste Oh, die sind ganz ehrlich Das Ding nervt Wood Und ganz viel Glass Pains Oh, ja, Zombie Hier ist das viel zu dunkel Ich hab' den Fakker mitgenommen Aber ich hab' ein paar Knochen Was soll mir denn die ganzen Glass Pains Kannst du mir das mal verraten? Können wir brauchen, wollt ihr nicht Uns ein Eis mitbacken oder so Glass Pains Ja, Eis mitbacken Ich weiß es doch nicht Keine Ahnung Kann weg Da hab' ich nochmal ein bisschen Holz Das Kann man da drin hochschwimmen oder wie? Macht die Flüssigkeit Schaden? Ja, sicher macht die Schaden Okay Da kannst Planschi Planschi machen Die friert dich auch ein Das ist das Problem Korallwoll Ich hab' sie gefunden Hey So, ich krieg' das zweite jetzt Oh Und ich hab' ein Epic Reward Pack, ne? Ja, woher? Oh, hier vorne Ender, Time-Atec, Pump Why not? So, ich muss hier aber erstmal rauskommen TNT TNT So So Ach komm, die kann weg Ganz Glarscheiben, das ist so krank Hm Alter Was ist das Ding denn? Hm? Da ist die Kiste Aua Ein Quicksilver war ab hier Okay Was ist denn eine Transfortnite Liquid? Das Ding nicht Die Liquid aussagen, also die Flüssigkeit Hm Ach, geh her, geh her, geh her, geh her Muss man eben eine Fläche vielleicht klatschen davon Oh, ist der letzte Weg nach oben Ja Ist doch immer so, weißt du doch Jetzt mach ich gleich ein paar Leitern Geht auch ein bisschen schneller als dieses olle Wasser immer hier Yep Boy Da sehe ich kleines Zombies Hände Geht weg, ihr Hände Ich mag euch nicht Ist das egelhaft? Magst du nicht? Ne Ich bin hier grad so ein bisschen eingesperrt Ich hoffe, wenn du sterben Noch mal sterben deswegen? Nö Klar Na nein Warum nicht? Weil ich es mir einfacher mach Einfach, einfach, einfach Hochbauen Das ist nämlich recht einfach hier hoch zu kommen Hallo Hühnchen Das ist richtig Ich bin richtig Es kenne es Wie geht das? Ja Das ist enc jetzt מ ent Minimilab ich will das öffnen ich will das öffnen ich will es öffnen Minimilab Kann das sein dass du keinen platz mehr hast? doch ich hab noch genug platz oben ach so hast du die wolle gemacht? ich will erst das Minimilab machen die wolle? ich will erst das Minimilab machen meiner ist die Laie haben wir jetzt ich will erst das Minimilab machen Halt die Fresse das ist ja brava Junge lol das sind ME-Dinger oh oh hat der uns spawnt irgendwas wieder? äh ja alles klar was denn? ich würde runter kommen ne grad nicht der Inventar ist zugemüllt warum stehen noch Geräte? auf jeden fall haben wir hier genug Lava zu finden hast grad was geöffnet oder was? ja aber das Minimilab das Minimilab? ja fuck fuck der fuck noch mehr das geht noch tiefer brauchen wir das da eigentlich oder können wir das alles auseinander nehmen? wir können die Minimilab hier unten einsperren ja hier unten sind die Gefängnisse mit dem Glas die können da nicht raus nur wir können rein okay das geht noch tiefer fuck das geht noch tiefer lol und hier ist so ein Quest-Deliver unten heilige Scheiße hat der Langeweile gehabt der Typ alter na? wir sollten die gleich mal hier einspenden haben wir die haben wir unseren Kindergarten ja unseren Zwangskindergarten ein Flatlamp das ist auch geil alter hast du noch was zu essen dabei? äh ja 15 Melonen nur noch du fragst wie viel hier wie viele Gefängnisse sind hier denn bitteschön? keine Ahnung genug jetzt weißt du wie viele kann das auch sein dass wir die ganzen Monster einsperren müssen? äh der ist Minimilabor ne? also wir können ja alles einsperren fast ja aber wir müssen erstmal gucken wie viele Minimis hier überhaupt gibt ja du kannst ja erstmal die Minimis einsperren hast du auf jeden Fall wieder was zu tun ich würde ganz unten anfangen irgendwo warte erstmal ab dann kommt bestimmt ne Quest damit ja meinst du warum jetzt ein Quest-Deliver ist hier bestimmt? hier kannst du einsperren ist egal die lass du es packst in der Kiste rein fuck das ist doch egal mir stirbt irgendwas naja wir sterben die ganze Zeit schon zweieinhalb Stunden haben wir jetzt hoho da oben rechts will ich noch dran naja guck mal hier guck mal hier guck mal hier ich weiß hab ich schon gesehen weil zum Beispiel grad Blöcke holen wir so fuck ja also wir könnten ein Minimis ich würd sagen wir stellen die Minimis ein und stellen unten ne Kiste hin für die Lassos wie gesagt meine die Laie haben wir ja auch ja guck mal guck mal beim nächsten Mal rein guck mal beim nächsten Mal rein meine Güte he was deine Langeweile OP ja klar sieht man ja Akazien Wood ne das zu stellen wir haben das andere so ui nehmen wir mal die beiden man echt nur sagen wo ich da will da ist ein Lassos da ist ein Lassos aber dann noch was in die ganzen irgendwas zur ganzen Lassos so nach da weißt du wo die Monster sind? in der Zwischendecke in der Zwischendecke kann aus sein sollen sie mehr darüber bleiben ich hab nämlich grad mal geguckt die hängen alle in der Zwischendecke drinnen oh man dürfen sie ja und ich muss erstmal meine Bags noch weiter öffnen ein Zoll ein Zoll Petrochium das Trunk oder so oh ich hab echt nichts ich kann eh nichts aufnehmen du hast ein paar Sachen hingeschmissen ich weiß dass ich voll bin ich weiß dass ich voll bin achso ich sollte mal was zu essen mitnehmen oder Feuer ist reingeblieben erst mal boah das ME-System muss unbedingt laufen diesmal früher dafür müssten wir das meine die Leid komplett umgraben weil wir haben nur wieviel K-Festplatten da die so kleinen muss nie mal gucken dass wir irgendwas finden na was ist denn da oben haben wir welche haben wir welche ja aber 4 4 Stück 1k 4 Stück die sind so schnell voll ja ich weiß kannst du nicht abends sagen bevor die Dinger voll sind ja es hier gibt es bestimmt irgendwo wieder wo wir noch was finden werden ja sicher noch mehr Herzen warum hängt da so ein Teil oben das frage ich mich ganz ernsthaft keine Ahnung vielleicht falsch hingesetzt keine Ahnung nein das ist ein Activator hier spawnt ja irgendwas die war der Sivados vorort okay das Eisen naja hier ist irgendwas was das anklickt die ganze Zeit sind jetzt haben wir noch so eine Sand oh man oh haste ist gut ne Tom Tom ah weißt du wo die herkommen aus der Biosphäre ach ja der hat die nicht wieder übernommen ja macht der ja auch generell nicht stimmt ja ja weil ja viele nicht so machen wie das Spiel eigentlich soll oder wie du es spielen sollst eigentlich ja und wir machen ja komplett alles anders oder was wir nehmen immer die ganzen Maps auseinander deswegen hängt ok da dürfen wir uns nicht verirren lassen dass das Ding da oben hängt wir nehmen echt das ganze Ding immer vollkommen auseinander ja why not Minimies Minimies du fährst dich da grad ein oder was ja ich bring die jetzt unten ich stell nämlich neben dem Deliver Ding da stell ich da eine Truhe in zwei Stück lass uns da rein falls man sie doch wieder einfangen müsste aber ich glaube ja weniger nö ich stell das mal ich kann doch hier zwei Blöcke abbauen was hab ich mit einer Angel wenn ich angel dir ein ich angel dir ein ich angel dir gleich ein ja so Minimies kannst du hier raus ja anscheinend nicht ich fang jetzt mal vorne an da hat man wenigstens eine schöne ne die können nicht raus hallo in kleinen Glubschies ich glaube das hat er sich vom letzten Mal bestimmt glaube ich so gedacht oh okay die ganzen Minimies die nerven doch die müssen mal eingesperrt werden äh der Minimikas vielleicht wahrscheinlich immer mal irgendwelche irgendwelche Videos rein geguckt haben und gesehen haben dass die sich immer ins Kindergarten gemacht haben wir werden nicht die Einzigen sein die das gemacht haben ja wer gut wir haben es ja auch zwangsgehalten einfach glasbottig ja wo'd immer die Tapschuhe gehört hast klolk 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 boah das Essen ne wir brauchen unbedingt ne Essensproduktionsschritte ähnliches ähnliches ja Dafür müssten wir die Quest erlegen, damit wir Schafhut wiederbekommen. Mit der Höhe können wir diese komische Unendlichkeitsmaschine bauen. Wow, war da Druck drauf.